heute was geht ab leute moment mein frisur sitze ich ganz neue cap von diem das ist eben mal ab dank an die shoutout für die neue cap so wie ash erst mit der richtigen cap kann es ins abenteuer losgehen weil event ist gestartet doppel ip ist am start vorerst nur doppel ip bei 1,5 milliarden dann doppel ip und sternstopp das wird wichtig sagt ich habe jetzt schon ein paar entwicklung gemacht und seit gestern sind auch die boxen online wir haben uns ja gefragt also im live stream haben so viele gefragt ob es boxen geben wird hier super inkubator für mich echt uninteressant da gibt es hier eine kleine box beide boxen top ich habe gesehen bei dem einen spart man irgendwie 51 prozent bei dem anderen 50 oder so auf jeden fall beide recht identisch und recht gut und ihr wisst dieses event werde ich abgehen und auch rein cashen deswegen kaufe ich mir hier erst mal so viel es geht von der großen 16 glückseyer die kann ich auf jeden fall gebrochen wird es auch laut module leider überhaupt nicht aber los geht's beide boxen echt gut gönnt euch welche ihr wollt und könnt gestern war die erste also nicht erst die große die ultra box noch für 1400 irgendwas verfügbar und dann 15 minuten später bis hier auf 880 reduziert worden keine ahnung sowas für ein feld das von der entwicklung ich kenne sogar ein paar die haben das noch für 1400 irgendwas gekauft wir haben jetzt den sport angeschrieben also mal schauen was da passiert ich denke die kindes gold zurück so jetzt die große herausforderung ankündigung challenge was auch immer an alle alle die mir folgen auf instagram facebook twitter die ganzen zuschauer auf youtube meine ganzen konkurrenten da draußen wer mehr ep während des events macht preise oder so gibt es natürlich nicht aber ich denke mal es macht spaß und es geht um die ehre und respekt und dann am ende zeige ich vielleicht die top 10 oder so top 5 der hartesten grinder und mal schauen ob ich dann überhaupt dabei bin auf jeden fall könnt ihr mir dann eure updates täglichen oder ein screenshot von am ersten tag und dann vom letzten tag oder sowas zeigen schicken und dann können wir das alles vergleichen und dann packe ich das in ein video auf jeden fall starte ich das event mit 47 millionen 291.434 also ungefähr 47,3 60 millionen will ich auf jeden fall knacken und mal schauen was so geht pokémon gefangen 94.889 über die 10.000 wahrscheinlich kommen während des events vor allem weil es auch soft bands und sowas gibt pokestops gedreht aber ich denke mal dass einfach ein interessanter vergleich ich mache jeden tag so ein update wie viel pokémon habe ich gefahren wie viel geld habe ich bezahlt wie viele stunden habe ich gesagt ich werde habe ich ausgegeben allgemein auch für essen und sowas und allgemein die kosten hat also einfach so ein update damit ihr mal das genau erfahrt was da so alles passiert beim zocken 15.644 entwickelt es waren so glaube ich die wichtigsten daten die ich dann so jeden tag updaten werde paar sachen einfügen aber ich versuche da echt viel zu grinden richtig hart abzugehen so viel zu zocken wie ich noch nie gezockt habe also dieses event wird ein neues limit erreicht viele von den streams wissen schon ultra instinct wird diesmal gezockt aber wie gesagt mal schauen geht es raus zockt event ist jetzt verschwendet nicht so viel zeit mit meinen videos ich freue mich auf krasse konkurrenz die auch so hart grinden wird wie ich und bin echt gespannt am ende des events wie viel ihr so erreicht habt wie viel ihr gemacht habt schreibt unten in die kommentare eure ziele ich habe gesehen ich habe gesehen viele von euch wollen level 40 erreichen brauchen auch sechs millionen sieben millionen acht millionen fünf millionen paar nur drei millionen oder so ich wünsche ich natürlich ein viel glück ich gönne es euch wie gesagt eure ziele unten in die kommentare ansonsten war es das von mir ich muss raus zocken gehen wie man liken subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram und facebook twitter check den shop auf und vergesst nicht pokémon serious business